Ich bin nämlich ganz ein schlimmer Finger, weißt du? Ich kenne alle Tricks der Ninja, habe die Reflexe einer Wildkatze, beherrsche 70 Waffengattungen und... Ich habe mein Killerexamen mit Auszeichnung bestanden. Leg dich mit mir an und du bist Vergangenheit, Froschgesicht! Und nicht vergessen ist der Finger, oben wird man dich loben. Fährst du gerne rechts herum, nimmt dir das kein Blinker krumm. Wer rückwärts in die Lücke fährt, ist bei den Frauen sehr begehrt. Drum fahre gleich zu deinem Schatz und finde dort zum Parkenplatz. Die Ampel, die ist rot, wer jetzt fährt, ist tot. Wäre die Ampel grün, wäre das wunderschön. Hörst du? Ha, ha, ha! Hey! Was ein Pech, wenn du lernst, dass das alles wär. Hey, diese Welt ist rund und dreht sich. Du willst das ändern, geht nicht. Denn dir ist nichts genau. Den meisten geht es zählich. Alles ist im Fluss und alles ist beweglich. Ein 7-10er-Deckel? Soll ich das buchstabieren oder was? Ähm, was genau soll das sein? Sag mal, bin ich hier in der Werkstatt oder in der Pommesbude? Einen 7-10er-Deckel gibt's nicht. Ich glaub, bei den Schweinfurzlappaloma. Das Hotel ist doch in jeder Karre eingebaut. Hier! Das ist ein 7-10er-Deckel, du Gimpeler! Ja, ne, ist klar. Ui, Jota, fahr weg, Toyota! Du Elefanta, fahr weg, den Mann da! Mach Platz da, mit deinem Mazda! Oh, Senor, du blödes, fahr weg, den Mercedes! Mach dem Obedien! Los, wala, wala, wala weg, mit die Latte! Und ich zerkratze da, oh, deinen Mazda! Und den Badat, den mach ich platt! Ah, Senorina! Schön, Sie zu sehen! Sie sehen fantastisch aus! Setzen Sie sich, ne? Ich empfehle Ihnen zwei Steaks zum Preis von einer. Und weil Sie so wunderschön sind, noch eine Pizza obendrauf. Nein, danke, ich hab keinen Hunger. Ich will dich ja nicht vor den Kopf stoßen, aber... Ah, Senora! Wie wäre es mit einem schönen Tropfen von der Landwein? Öffnet die Herzen und Höschen, ne? Was ist das eigentlich für ein Laden hier? Sie haben wunderschöne Glocken. Ja, das sind die Glocken meiner Großmutter. Ah, toll! Wer weiß ist, wer weiß ist, aufstehen! Aufsetzen! Oh, Maul halten auf den billigen Plätzen! Hey, what's up? What's up? Abwarten, ihr Klappsparten! Euch Kandidaten, kann man knicken wie Packkarten! Komm, und noch mein Schild! Vor den und deren Geschwaffe schütze ich mich mit ner Tafel! Schade, Schokolade! Schade, Schokolade! Schade, Schokolade! Schade, Schokolade! Schade, Schokolade! Schade, Schokolade! Noch mehr Gerüche, die Flüche der Pharaonen, die bei uns wohnen. Sücht in unser Heimheim. Diese Eroben kommen bestimmt nicht von allein rein! Nein, nein! Surry, don't worry! It could be my Kartoffel-Burry! Surry, don't worry! It could be my Kartoffel-Burry! Hurry up, Geist! Ohne Fleiß, kein Preis! Es kostet Literweiß, Schweiß! Auf der Suche nach dem Scheiß! Hey, Leute! Was geht ab? Ja, bei ab, da komm ich gleich auf Abo! Wenn ihr abonniert, gibt es den nächsten 3, statt 2 Videos! Und wir machen dann einen Podcast und eine riesige Skype-Konfi mit allen Leuten! Und wir let's playen bei 200 Likes auch noch Mass Effect 3! Achso, ja, Mass Effect 3 könnt ihr unten in der Videobeschreibung bestellen! Verwendet einen Link unten und wenn ihr es da bestellt, könnt ihr auch gleich noch bei Facebook einen Daumen hoch geben! Damit wir dann einen Minecraft-Server aufmachen! Und wenn wir den Server aufmachen, oh ja, oh ja, können wir auch auf Twitter zusammen chillen! Also, ran geht's! Ach, was ist das für nichts? Favo, Abo, Like, Daumen hoch und Daumen runter! Die Let's Plays werden immer bunter! Lampenöl, Seile, Bomben! Du willst etwas haben? Es gehört dir, mein Freund! Natürlich nur, solange du genug Rubine hast! Bis das è Correct, Moon! D esses? Ich kann das ProblemUSE, ja meine You, und bueno! smellch und vampos im Beinbezie HER auf哪ig? Und dannologique mediagrallrohberhberhberhberhberhberhberhberhberhberhberhberhberhberhberhberhberhberh медifuinos ut r Еще